Oder wie auch immer man das nennt, hört, ähm, nein, wenn die Feuerwehrleute gerufen werden, das dann meine ich. Achso, ja, warum? Was damit? Ja, ich wohne in der Nähe von der Feuerwehr. Also, falls man das hört, tut es mir leid. Ich glaube, mein Netzwerk hat sowieso Geräuschunterdrückung. Guck mal, ich hab einen Esel gefunden. Bring ihn mit. Wie denn? Der braucht Karotten, soweit ich weiß. Karotten, ne, nicht Karotten, ähm, Äpfel. Wir haben Äpfel. Ja, ich soll ihn mitbringen und die Äpfel sind bei dir. Ich schon logisch, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ne, ich schwimme jetzt wieder rüber. Nein, du bist ein perfektes Esel, ne? Perfekt. Hey, muss aggressiv den Tülen. Ohne Esel kommt, taust du mir hier nicht drauf. Ja, dann musst du zu mir kommen. Dann bringen wir mal was zu essen mit. Ah, guck mal, da vorne ist sogar noch ein Pferd. Ja, dafür brauchen wir Weizen. Das ist noch nicht so weit. Das wird auch. Hä? Das Weizen kann man so schnell einpflanzen. Ja, aber... Ach, erst Sattel und dann... Nein, erst Zähmen, dann Sattel, glaube ich. Nein, ein Erstsattel. Lol. Oder? Ich glaube schon, ja. Also im Kreativmodus habe ich versucht gehabt, ein Pferd zu zähmen. Hast du irgendwie nicht geklappt? I'm on the road. Ach, weil es da drüber auf der anderen Insel ist, kann man eigentlich vergessen, den Esel zu holen. Tja, wie du mir zuhörst, Alter. Ich habe gesagt gehabt, ähm... Das Dings. Das Dings. Das Dings. Das Dings. Bums, genau. Okay, ja, aber wir können das sowieso... Äh... Obwohl, hä? Können nicht Pferde schwimmen? Äh, diese Esel? Ja, aber die folgen dir dann nicht mehr. Wenn man auf ihm reitet, schon. Nein, dann geht er unter und unterdrinkt. Also, er trinkt nicht, aber du wirst drunter geschmissen. Sieh, so wie auf deiner Schwester. Als falls du wirklich eine Schwesterarzt ist mir leid, gell. Ich habe eine Schwester, die ist sieben. Oh, boah! Das habe ich ja noch nicht mal gewusst. Das kommt jetzt ganz schön pädophil rüber. Wieso sagst du mir das nicht früher? Ich meine, klar, es ist ein Scherz, ja, aber... Es kommt jetzt trotzdem ein bisschen komisch. Boah, mir juckt die Nase. Ich muss jetzt kurz wieder hoch. Wie, das Essen, wo finden? In der Kiste. Sättel. Aus Leder musst du die, glaube ich, machen. Oder finden. Ne, ne, finden, glaube ich. Du hättest mir eigentlich egal, solange ich hier einen unterhalten kann, äh, ne? Ist mir egal, wie viele. Okay, scheint doch ein Notfall zu sein. Krankenwagen, Feuerwehr, fahren hier gerade vorbei. Schärfer gar nix. Ich höre das sogar unter, damit ich den Kopf höre. Creeper. Was machst denn du denn da unten? Ja, natürlich sieht der mich, weißt du? Ich hab dich... Ey, ich wollte gerade wegspringen. Schiss Creeper. Geh dich, äh, hängen. Äh, du bist ja schon tot. Hä, Wolf. Der Wolf tut unsere ganzen Schafe put put machen. So, ich komm jetzt wieder. Hier oben, hier oben, hier oben, hinter dir. Hier oben, hier oben. Warte mal, ich muss mal was ausprobieren. Ob ich das... Ich glaub, das muss ich sogar ausmachen. Bleib mal stehen, bitte. Nein, du pflegst mich nicht. Gut, wir können keine gemeinsame Schafe, falls es drauf ankommt, ne? Oder wir müssen es ausmachen. Nö. Ich merk's ja, du willst mich hauen. Hm, gibst euch zu. Hm. Alter! Wie viele Feuerwehrautos haben die bitteschön? Ich hab's auch kein eins. Ich hab nichts. Äh, zur circa zwei Minuten fahren die ganze so. Ta-ty-ta-ta-ta-ty. Dann das nächste ist. Ta-ty-ta-ta-ta-ty. Jonas ja ich habe Essen für dich hast du Hunger hast du wirklich keinen Hunger ja bist du sicher ja wenn du Hunger hast, sag mal Bescheid ich habe kein Essen Apropos muss ich noch gerade nein ja im Stream hört man alles ja lol eigentlich sollte er dann keine Ahnung wie gesagt sorry dafür ja ich hatte jetzt sind die sowieso schon vorbei aber normalerweise tut man G430 die Umgebungsgeräusche ausdrücken also unterdrücken oder mein Headset konzentriert sich halt nur auf das auf dein sprechen sprach wir sprechen von vielen reden gern wieder halt schmerzen muss ich erstmal etwas mit der grüten kauft essen so 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 immer da 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 aber ich werde kein product placement machen noch nicht mal ein unbezahltes ich muss mich erstmal wieder richtig hinsetzen was ist jetzt ein steak props da guckst du immer auf dem handy den stream sind ich auf dem tablet oder ähnliches ich wollte gerade das schwein mit schweinefleisch schlagen weil ich für die falsche stasse gedrückt hat eigentlich wollte ich essen hier das sind auch seinen brüdern wir könnten uns rein theoretisch gesehen wenn du zum beispiel jetzt halben steck eisen hast ja kann man erkennen wir könnten wir uns komplett ein klein mit eisen ich habe ohne 10 10 wer sollte reichen natur übrigens unten links ist das eisen ja wir lassen es erstmal gerade ein bisschen noch also ich will anfangen zu bauen ich liebe bauen 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 gut ich kraft immer ein bisschen natürlich erst mal für mich nur also prostplatte das wird jetzt lustig ich weiß das rezept gar nicht mehr dafür ich muss ein bisschen steiner war die andere richtung hoffen dass keine silberfische wiederkommen eine warte ich wusste das doch ich habe es nur einmal falsch gerade gemacht gut mal schon mit zwei brustplatten also so ein ding bauen hier mehr rüstungs ständer wie kindlich sind wir eigentlich viel lachen über ständer was gelacht kommen wir kommen doch runter immer mit diese kitties total anstrengend hier hast du hunger ich habe noch fleisch aber ich habe keinen hunger ich habe mein eigenes fleisch toll jetzt sehe ich dein gesicht nicht mehr du musst den skin wechseln sieht jetzt extrem komisch aus guck dir das einfach an mit r3 hat der sicht wechseln oder l3 das sieht doch geil aus ey guck mal ich tue jetzt ein bisschen twerken twerke die twerke die twerke die twerke twerken hätten wir dann auch erledigt ähm noch 21 22 der rest ist eigentlich der rest ist eigentlich günstig vom kraften her das teuerste ist ja brustplatte hier zieh die hose an und wechseln mal den skin wie gesagt ich sehe dich nicht mehr also liebe kinder das passiert wenn man schrumpft das teuerste den ändern der hier er sie den augen irgendwas anderes zum pudding ich freu christmas pudding oder hier ist nun der nasenbär er ist der nasenbär hier kannst du gebäude nehmen man kann hier gebäude als skin nehmen auch mal die beste skin sind einfach muss man noch kaufen hast du dich machst du hast du jetzt schon skins gekauft weißt du wieso ich als creeper umlaufen ist er nicht frei hallo hilfe ich werde gewohnt so weit ich muss hier ins gesicht doch nicht wir sind schon voll haben jetzt alles ich weiß aber ich will mir noch gerade links machen eisenschwert und eisenaxt nein wir machen wir auch ein eisenschwert heute den eisenaxt machst ja noch ein bisschen eisen kann man auch in der portal machen ein portal ein paar zimmer bitte gerade zwei sticks rüber reichen zwei sticks und im moment ich hab sogar sieben sticks nach scheiße falsch richtig ausgemacht muss mir nicht genau zwei geben kannst du auch alles geben und schwertig gleich wieder zurück so